Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal haben wir die Erlösung des Doppelers aufgeführt mit mehr oder minder gutem Erfolg. Und ja, jetzt haben wir Dudu gefunden und der lässt Rittersporn demnächst nach Oxenfort verlegen. Und ja, zusammen mit Sultan und seinen Leuten wollen wir hier auf den Trupp warten und uns dann Rittersporn krallen. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich hab gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Naja, der Überfall ist einfacher, das nicht. Die Sache ist, es wäre ziemlich verdächtig. Das würde Menge wahrscheinlich nicht tun, ne? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem Guten. Äh, verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Pfiffi, als er Verstopfung hatte. Äh, gut, sie soll bleiben. Das Problem ist... Äh, ja gut, die erwarten den Angriff nicht. Aber das Problem ist, wenn sie am Ende noch einen verirrten Bolzen abkriegt, dann haben wir ein richtiges Problem, ne? Dies ist kein Ort für sie. Wenn ihr was zustößt, will ich Rittersporn nicht erklären müssen, warum sie hier war. Muss ich dich daran erinnern, dass ihr hier seid, um Rittersporn zu retten, nicht mich? Ich kann auf mich aufpassen. Na schön. Aber denkt daran. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwyn? Ja, gut. Ähm, ist zwar ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt dafür. Ich glaube, es hat gerade aufgehört zu regnen. Na, von mir aus. Sicher. Spielen wir. Spielen wir mal eine Runde gegen Priscilla. So hatte ich hier eine... Ich hab schon lange keinen Gewind mehr gespielt. Ich glaube, das war alles so gut mit den Karten, ne? So, Scoia-Tel und sie fängt an. Selbst schuld, sag ich da bloß. Ich hab die Katapult-Kombination. Ich hab die blauen Streifen. Ich hab ein Spion. Es ist eigentlich ein recht guter Start, möchte ich meinen. Ach komm, ich brauch keine zwei Hörner jetzt. Und ich hab noch Sigismund Dijkstra. Es ist eigentlich ein sehr guter Start, will ich sagen. Wrihet-Brigade. Will sie spielen? Na gut. Ähm, ich fang mit den blauen Streifen an. Sind zwar immer sehr anfällig fürs Verbrennen, aber an sich... Oh, sie hat sie beide aus dem Deckel. Kriegt nicht schlecht. Ach, hatte sie die Fähigkeit, dass... Ja, sie eine extra Karte kriegt. Na gut. Ist wie gesagt anfällig für Verbrennen, aber sollte sie das machen, kann ich immer noch die Spione spielen. Regis. So, wisst ihr was? Dann spiel ich jetzt die Karte. Dann bin ich nämlich schon bei 32 Punkten. Oh, ja, okay. Oder sowas. Äh, für sowas ist man natürlich auch ziemlich anfällig. Na gut, dann wisst ihr was? Dann kriegst du jetzt die Spione noch. Und gewinnst halt die Runde. Das ist mir dann auch ziemlich Wumpe, muss ich sagen. Hier, noch mehr Punkte für dich. So. Ja, das soll erstmal so sein. Und dann gewinne ich einfach die nächste Runde relativ zügig. Oh, das ist natürlich jetzt ungünstig. Also, ihr hattet die andere auf der Hand. Gut, dann fange ich mal mit Roche an, weil der ist gegen Verbrennen immun. Und ich habe im Notfall... Dann kann ich im Notfall noch Verbrennen spielen. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen gerade. Ich wisst ihr was? Das mache ich, glaube ich, jetzt erstmal. Verbrennen. Dann sind wir wieder bei Gleichstand. Was denn noch einer davon ist? Man kann mehrere von der gleichen Karte haben? Das ist mir neu. Also von der gleichen legendären. Ich dachte, da gibt es maximal eine von immer. Interessant. Das ist jetzt eine dumme Situation. Ich muss das gewinnen. Schade. Na gut. Aber ich kriege ja noch eine Karte dafür. Regis. Ah, den hätte ich vorher gebraucht. Na gut. Aber ich denke, jetzt habe ich mit dem Kartenvorteil das Ding... Alter, was hat die denn für legendäre Karten auf der Hand? Ist mal wieder gut, meine Gute. Zack. So, ich hoffe mal, sie hat nicht noch ein Verbrennen. Aber selbst wenn sie noch eins hat, sollte ich das gewonnen haben. Ja, das habe ich gewonnen. Und zack. Und einfach, weil ich es kann, meine Gute, den noch. Einfach mal 81 Punkte mit vier Karten gemacht. Ne, das muss man erst mal schaffen. Das war eine dumme Idee. Du warst diejenige, die spielen heute. Sie kommen! Da kommen sie! Jetzt geht es also los. Priscilla, bleib hier. 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 Oh ne. Na klasse, jetzt haben sie Rittersporn mitgenommen. Das ist nicht gut. Und, alles klar, okay, dann schnapp ich mir mal Plötze. Ich hoffe mal, die Zwerge schaffen das, aber die sind schon gut und wir folgen dem Tiefen mal. Aber der scheint schon einen ordentlichen Vorteil zu haben. Da, okay. Ja, ja, ich seh die Spuren gerade noch. Im Reiten ist das zwar immer ganz schön schlecht. Ich hatte sie doch gerade noch, die zu verfolgen, weil man so schnell unterwegs ist. Aber, wo sind sie denn jetzt da? Ach, okay, vielleicht sollte ich einfach ein bisschen langsamer reiten, um die Spuren sinnvoll verfolgen zu können. Da sind die Pferdespuren. Könnten natürlich auch andere Pferdespuren sein, aber die hier sind wahrscheinlich die frischeren. Och nein, auf euch habe ich ja jetzt gar keinen Bock, Leute. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Vor allem habe ich keine Zeit für euch. Ich muss Ritterspuren finden. Okay, hier links lang. Ja, schwer beladen. Waren halt zwei Leute drauf, ne? Mehr oder minder schwer, also. Okay, weiter geht's. Hier durchs Bienenfeld. Imkerei Honig war toll. Hier interessiert mich aber jetzt gerade nicht. Ja, ja. Bienen sind nun wirklich nicht, aber um die Zeit sollten die doch vielleicht eigentlich sogar schlafen, oder? Obwohl, es ist ja schon relativ früh. Es sah bloß so dunkel aus, deswegen hätte ich gedacht, dass die Bienen ruhen, aber okay. Beweg dich! Sag mal, wo ist der denn langgeritten? Kann er nicht wenigstens mal... Was war das denn? Mach langsam! Da hat er, hat er Zettel verloren? Moment, die gucke ich mir kurz an. Zerknülltes Papier. Der Tag, mein Liebchen, an dem du mir das Herz mit cooler Ablehnung brachst. Hm, es muss ihm das Herz gebrochen haben, sich von diesem Lied zu trennen. Okay, wollte Ritterspuren etwa eine, eine Fährte legen, oder hat er die aus Versehen verloren? Keine Ahnung. Alter, wo ist denn der Typ langgeritten? Na gut, wahrscheinlich hat Ritterspuren ein bisschen gestrampelt, ne? Da wird er das Pferd nicht ganz auf der Geraden halten können. Ja, ach, sag bloß, Gerald, wir folgen den Hufspuren ja schon die ganze Zeit. Also manchmal sind seine Kommentare echt nicht so hilfreich. Okay, hier müssen sie durchgeritten sein. Vielleicht weiß hier ja jemand was. Hey, Schmied! Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Ja, okay, gut. Links abgebogen. Das Ding ist, wir müssen aufpassen. Er hat zwar links gesagt, aber er meint von sich aus links. Ich glaube, er meint nämlich in die Richtung, wenn ich mich recht entsinne. Das war ein bisschen, ist ein bisschen schwer. Hier haben wir nämlich auch Rittersporns Kappe. Riecht bekannt. Ist das seine Kappe? Rittersporn benutzt es eimerweise. Die Spur sollte eindeutig sein. Das ist ein Parfum. Okay, jetzt können wir auch dem Geruch theoretisch folgen. Alles klar. Okay, dann ist das jetzt besser als den Fußspuren zu folgen. So, hier weiter geht's. Deswegen, das ist ein bisschen blöd gemacht. Er sagt links, aber er meint von sich aus links. Hier sind sie. Jetzt sind sie mitten in die Pampa geritten. Na, von mir aus sollen sie halt... Oh, guck mal da vorne. Da liegt ein Pferd. Ah, was ist denn mit dir passiert? Alles klar. Okay, Pferd zu Tode geritten und da vorne haben wir Halblinge. Ey, ihr. Ja, okay, und wo ist der andere Zugang? Wo ist dieser andere Zugang? Bist du etwa neugierig? Das ist ein ganz normaler Tunnel. Ein Fluchtweg, falls es Probleme gibt. Wir lassen da keine Fremden rein. Geschweige denn, zeigen wir ihnen den Tunnel. Und da? Sei still. Okay, ähm, aber ihr wollt den Jäger doch loswerden, oder nicht? Wollt ihr den Jäger loswerden, oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Na, also, okay. Jetzt hat er sich hier einfach in einem fremden Haus verbarrikadiert. Na, von mir aus. So, hier in den Keller. Er hat sich wohl... Da hin, da hin, sag ich. Und da steht. So gut, komm du. Aber was dann? Wie lange wirst du mich in dieser Hütte festhalten? Da still. Ich bin still. Keine Sorge. Aber was ist mit den Heiflingen? Niemals kann man es freuen. Einmal hab ich gesehen, wie ein... Das klingt ungünstig. Sag mal, wo kann ich das Ding denn jetzt öffnen? Da. Hallo. Leute, macht's mir doch nicht so schwer. Ich will doch nur das verdammte Teil öffnen. Hallo. Komm schon. Ganz genau. Ja, danke. Geht doch. So, jetzt kann ich auch runter. Also, an manchen Stellen macht's das Spiel einem schwerer, als es sein müsste. Woher weiß ich, dass du keine Dummheit sie machst? Ich spiel mit dir. Ich hab ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mätzchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie ne Masthändchen. Verstanden? Was ist denn das hier? Ritterspawn versucht den zu... Um den Finger zu wickeln. Ein Bild. Ich kann auch nicht jedem dahergelaufenen Idioten meinen tollen Tügel auf die Nase dünken. Du hast ein wein gewaltig. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Bill, ich hör doch was. Ach, schade. Ich dachte schon... Weißt du, ich und ein Klebe, wir passen nicht. Ich dachte schon, Ritterspawn kommt da selbst raus. Ich frage mich, was die da unten gemacht haben. Es sah so aus, als ob die irgendwas... Als ob die irgendwas malen wollten. Wow. Ganz ruhig, Kumpel. Okay, weißt du was? Du kriegst das Axi... Ach, oh ja. Dann halt das Igli. Setze ich halt erstmal die ganze Hütte hier in Brand. So, Ritterspawn geknebelt. Das gefällt mir doch. Gibt deutlich Unangenehmeres. Ach, der ist gar nicht so schlecht. Und... Wow, der kann echt gut kontern. Und tschüss. Jetzt aber. Na, also. So. Oh, guck mal. Der hat einen makellosen Rubin dabei. Ja, ja, Ritterspawn. Ich bin ja schon da. Und... ... Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ach, wie gut dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit. Reden wir draußen. Ach, klasse. Und wir dachten echt, Rittersporn könnte uns helfen. Aber naja, gut, dann soll er uns wenigstens erzählen, was gewesen ist, ne? Ja, genau. Und zwar, wo hast du sie genau zuletzt gesehen? Wir wissen ja, die beiden waren bei Hurensohn Junior und danach... Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Ja, so viel weiß ich noch. Das hat mir ja Hurensohn schon erzählt. Ach du Scheiße, da sind noch mehr von denen. Oh, und da sind auch noch Wachen. Ja, komm, dann müssen wir die halt auch fertig machen. Alter, sind das viele hier. So, nichts wie weg hier. Nichts wie weg. Da hinten wartet schon Rittersporn. Okay, Rittersporn hat die Tore geöffnet. Perfekt. Komm schon, ich will aufsitzen, verdammt. Und weg hier. Nichts wie weg. Komm, beeil dich, Rittersporn. Wir haben keine Zeit. Oh Gott, die haben ja verbarrikadiert alles. Beeilung. Ach, komm schon. Blöde Männer von Hurensohn hier, die haben noch keine Chance gegen mich auf einem Pferd. Alter, die haben ja alles verbarrikadiert. Oh, 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 oh. Schnell weiter, schnell weiter. Ei, ei, ei. Ei, hab ich den nicht erwischt. Hätte ja klappen können. Da vorne ist Rittersporn. Lass dein Pferd hier. Es muss sein. Wir sind fast da. Ich bin doch schon dabei. Okay, da vorne habe ich schon wieder Gegner gesehen. Ach du Scheiße. Und da kommt ein Armbrustbolzen geflogen. Ich habe es genau gesehen. Boah, Mann. Bleib mal ruhig hier. Okay, erstmal ein paar fertig machen hier. Und dann mal kurz zur Seite. Oh, hier hat man so wenig Platz zum Kämpfen. Das ist gerade ungemein schlecht. Es sind aber auch viele Gegner hier, muss man sagen. Komm, alle fertig machen. Jawohl. Das sieht doch gut aus. So, bleiben noch zwei. Zack. Und noch du, mein Freund. Nein. Boah, das war aber haarscharf. Deine Fähigkeit ist schwer zu kontrollieren, Ciri. So, Rittersporn, weiter geht's. Ich habe sie erledigt. So, wo machen wir denn hin? Ist das nicht die Tempelinsel hier? Und da kommen wir doch erst recht nicht weg. Ziri! Ziri? Verdammt. Ah, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Sultan. Wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Das will doch keiner lesen. Ich glaube schon, dass das Leute lesen würden. Ich meine, schlecht war die Geschichte wirklich nicht. Es geht um einen Raubüberfall, um einen Bankraub quasi mit anschließender Flucht. Ja, aber die Sache ist... Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen. Glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Naja, das Ding ist erst ziemlich tot. Der kann nicht mehr außer sich sein. Hurensohn ist tot. Oh. Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Naja, gut, ähm, ich weiß nicht. Der weiß ja eigentlich gar nicht, wer den Raub über, äh, ja, den Raub im Endeffekt durchgeführt hat. So viel haben wir ihm ja nicht verraten. Wobei ich mir glaube, der hat es inzwischen rausgefunden. Aber, naja, wir haben ihm ja immerhin geholfen, seinen Schatz mehr oder minder zurückzuholen. Von daher, denke ich mal, können wir sagen, wir sind quitt mit dem Guten. Jetzt ist aber die Frage, was ist dieses Phylakterium eigentlich? Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Was? Ein Fluch? Was ist das denn für ein... Also, was ist denn für einer? Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein. Ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Na gut. Und was weißt du über den Fluch? Wenigstens, was für eine Art von Fluch das ist. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Hm. Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch. Es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. War Fail Elaine. Ket Milfolie. Gledif Dorn Epteneit. Bundro Itne Iacus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Na gut, dann hat er ja wenigstens uns so ein bisschen geholfen. Wir wissen also, Ciri wollte einen Fluch brechen. Fragt sich nur, bei wem? Bei sich selbst? Oder, ja, bei wem oder was auch immer. Oder sie wollte einen wirken. Aber gut, Ciri ist jetzt nicht die, die, glaube ich, einen Fluch wirken würde. Von daher ist noch die Frage. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt. Sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kermorhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig. Aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Na gut, äh, Frage ist, wo suchen wir jetzt weiter, ne? Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Hm. Sie kam aus Wehlen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich hab dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novibrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Ritterspuren unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett in flauschigen Kissen. Das hab ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehm dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Ja, ja, kein Ding. Gern geschehen. So. Die beiden reiten jetzt davon und haben ihr Gespräch in Anführungsstrichen wahrscheinlich. Aber naja, gut. Ist doch auch mal was, äh, dass Ritterspuren mal jemanden gefunden hat, der nicht nur auf seine Balladen steht, ne? So, Sultan. Ja, gut, okay. Du machst jetzt wahrscheinlich auch zum Rosmarin und da sind die dreihalb Blinge. Na. Oh, ähm, wir sind, äh, dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du's hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Vielleicht können wir das ja gewinnbringend verkaufen. Wobei das ja, äh, ein Plagiat ist, ne? Wir haben's ja gesehen, in dem Keller da unten hatten die eine ganze Menge, äh, Farbe. Wahrscheinlich fälschen die Bilder. So auch dieses vom, ja, vom Hierarch Hemmelfahrt. Kann für eine ordentliche Summe ein Händler. Naja, komm. Verkaufen wir das Plagiat halt. Gut, und dann machen wir uns mal auf zurück in Richtung Novigrad. Und treffen mal, bevor wir natürlich nach Skellige aufbrechen, ähm, noch ein paar Leute, ja, zum Beispiel Rittersporn im Rosmarin und Thymian. Und Triss wollen wir ja theoretisch auch nochmal besuchen, bevor wir uns aufmachen nach Skellige. Oh ja, und dann ist eben die Frage, wo ist Ciri hin verschwunden? Die letzte Möglichkeit oder die letzte Spur, die wir haben, ist jetzt nur noch Skellige. Und das heißt, wir müssten uns, ja, früher oder später jetzt mal ein Boot besorgen. Ähm, ja, ein Boot besorgen oder ein Schiff, mit welchem wir nach Skellige rüber segeln können. Das wird auf jeden Fall auch noch ein Spaß. Aber naja, gut, da schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal zurück nach Novigrad. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun hier in und um Novigrad. Sag mal, hat das eigentlich, ne, hat nicht mal für ein Level abgereicht. Gibt's ja nicht, die 900 Erfahrungspunkte, die ich gekriegt habe. Aber naja, das sind nur Wölfe. Hätte ja mal was Interessantes sein können. So, das Rosmarin und Thymian. Wo war denn das noch gleich? Welchen Eingang musste ich denn da nehmen? Hm, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Areth ist das hier? Ich glaube, das war aber nicht der Eingang. Ich bin mir aber auch nicht 100 pro sicher. Der da rechts auf jeden Fall nicht. Das hier war ja bei dem Friedhof. Na ja, wir schauen mal. Wir werden das Rosmarin und Thymian schon finden. Obwohl, hier in den Scherben, da könnten wir eigentlich ziemlich nahe sein beim Rosmarin und Thymian. Aber ich würde fast sagen, ich lasse Plötze erstmal hier stehen. Und beim nächsten Mal machen wir uns auf die Suche nach dem Rosmarin und Thymian. Und reden mal mit Ritterspuren und natürlich auch mit Triss. Aber wie gesagt, das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.